Ist das Baby von Sarafina und Peter Wollny etwa schon da? Die Wahrheit hinter ihrer Instagram-Auszeit wird enthüllt. Die Gerüchteküche brodelt, ist das Baby von Sarafina Wollny etwa schon auf der Welt? In den letzten Tagen war es auf ihrem Instagram-Account ziemlich ruhig. Aber jetzt gibt es endlich Antworten. Sarafina meldet sich persönlich bei ihren Fans und erklärt, warum es in letzter Zeit so still war. Uns geht's gut, sagt sie, aber im Hintergrund gibt es gerade so viel zu tun. Sie verspricht ihren treuen Followern, dass sie in den nächsten Tagen besser darin sein wird, sie mitzunehmen und ihnen mehr Einblicke zu geben. Und die Spekulationen über eine frühe Geburt? Falsch. Das kleine Wunder hat es sich immer noch gemütlich in Mamas Bauch gemacht. Keine Sorge, alles ist in bester Ordnung. Aber es dauert nicht mehr lange. Sarafina hat bereits vor ein paar Wochen verraten, dass das Baby im Juli per Kaiserschnitt zur Welt kommen soll. Und das Geschlecht des Babys wollen sie und Peter sich bis zur Geburt überraschen lassen. Es bleibt also spannend, ob sie bald ein süßes Mädchen oder einen tapferen Jungen in den Armen halten werden. Bleibt dran für weitere aufregende Updates aus Sarafinas Welt. Abonniert den Kanal, um keine Neuigkeiten zu verpassen. Lasst uns gemeinsam diese wunderbare Reise verfolgen und der Familie Wollny unsere besten Wünsche besenden. Bis zum nächsten Mal.